Du hast mir schon wieder nicht gesagt, ich soll die Hotkeys umstellen. Du sollst die Hotkeys umstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft II. Ich muss mich ja mehr auf mein Spiel schauen. Nee, 2 gegen 2. Ich bin Protoss, damit ist es egal, dass ich mir schon wieder nicht gesagt habe, dass ich die Upgrades nicht umgestellt habe. Hab ich natürlich gewusst, was du wirst. Zierk, du kannst alleine wollen, die Ramp ist klein. Ich wollte. Aber ich scoute für dich. Ist aber lieb. Ja, ihr seht hier, meine Damen und Herren, einen plötzlichen Anstieg meines Spiels aus Gründen. Warum, weiß ich nicht so genau. Aus Glück. Nein, weil er jetzt endlich mal beherzigt, dass man Worker bauen muss. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Hey, das sind Schweden. Oder Norweger. Das sind Schweden, was? Wenn man so hey schreibt, heißt das Schwede oder Norweger. Das heißt Hallo auf Schwedisch oder Norwegisch. Hey, hey, Vicky, jetzt verstehe ich auch den Song von Vicky. Zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, aber macht er nichts. Hey, hey, Vicky, der Wikinger. Die Wikinger, glaube ich. Sind hart am Windel dran. Ich hab das nie wirklich geguckt. Was hast du denn mal aus der zweiten Zeile ausgeht? Das war ja immer so der Schulhof-Mythos. Was? Die zweite Zeile? Ja. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Und dann? Keine Ahnung. Dann hat man nämlich gesungen, sieh fest das Segel an. Und da haben nämlich viele sieh fest, was sowieso völlig grammatikalisch falsch wäre. Sieh fest fest? Genau, haben sie gedacht, sieh fest das Segel an. Und haben deshalb gedacht, dass es ein Mädchen ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Weil die singen einfach nur sieh fest. Ja, der Mythos ist ja immer da, dass Vicky ein Mädchen ist. Ja, genau. Weil auch immer in dem Lied nämlich sieh fest hieße. Oh, ich muss gleich zwei Pile bauen. Ich muss gleich zwei Pile bauen. Ich bin nicht so ein Leiblob jetzt gleich. Oh Gott. Da hab ich vergessen, eine Pile zu bauen, weil ich nicht so sehr auf die Wall konzentriert hab. Was machst du denn da? Und auf die tolle Vicky-Geschichte. Ja, das stimmt natürlich auch. Apropos, ich sollte auch mal eine Pile bauen. Äh, wir müssten hier, glaube ich, irgendwas ziehen, ne? Die wollen hier irgendwas in die Base bauen. Das sind ja zwei WBFs aus so nem Bunker. Wollten die da nen Bunker setzen? Ja. Das ist nicht so geil. Ich hab die aber gestört mit meinem Sellent. Du bist der beste Zerstörer. Das wusste ich schon länger. Der Sternplotter. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne mal expandieren. Bisschen später jetzt, aber... Lass das mal erst mal einen Moment. Da vorne ist... Oh, Leute. Ich erlaube dir, erst zu takken. Hau mal nen Oracle oder so. Ich hau mal nen Oracle. Bau. Mothership-Core wär auch gar nicht so verkehrt, ne? Die Boris. Boris Ignatjevic. Bitte? Auch aus einer Buchreihe. Wer kennt diese Buchreihe? Harry Potter oder was? Nein. Ja, ich hab tatsächlich lieber den Adepten in der Lücke stehen. Er kann irgendwie ein bisschen mehr als der Zerlid. So, die nächste Einheit wird der Mothership-Core werden. So... Warte, du hast jetzt ein Oracle gespielt, ne? Hey, die baut noch. Zusätzliche Mineralien. Dann geh ich mal... Auf was geh ich denn mal? Ich geh mal auf die Tees. Das ist eigentlich bescheuert, wenn wir beide auf was gehen, was der gleiche Konter hat, ne? Du hast schon expandiert? Da find ich freche Englische. Ja. Fällt dir ja auch wieder früh auf, so. Gut, ich erlaube dir jetzt offiziell, äh, zu expandieren. Jawohl. Ich hab dir ja auch schon das Blink-Zertifikat gegeben. Ne, das war ja das Blink-Zertifikat, ne? Das war das Storm-Zertifikat, ne? Storm-Zertifikat. Und dann vergisst du es, Storm zu erforschen, ne? So was geb ich ein Zertifikat. Aber ich hab Arken gebaut. War ja auch nicht so schlecht. Jetzt hab ich Wiki im Kopf. Das ist unfair. Eigentlich kann ich da unten direkt einen Pylon bauen. Eigentlich ist das, oder? Was ich hier gerade erforsche. Äh, was? Ja, auf jeden Fall. Aber an der Ramp. Nicht bitte an dem Nexus wieder, ne? Ist das dein Orgel? Ja. Alles gut. Das ist gut! Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Warum mal dann... Jetzt weiterfliegen, du stehst direkt im Overlord. Das ist nicht gut. Du musst jetzt so schnell es geht Schaden machen. Mach ich. Krieg ich hin. Da fliegt er nämlich schon rein. Da steht auch schon die Queen. Kann man das Ding abräumen? Ja, du sollst dann aber, wenn auch die Queen angreifen. Oder halt die Worker, aber nicht den Spork Royer nicht fertig werden. Gut, das war das unnützeste Oracle, was ich seit lange gesehen habe. Ja, ey, ich hab mindestens vier Worker gekillt. Ja, muss ich jetzt einfach mal sagen. Wär ich mal auf ein Stargate gegangen. Ja, denn der Stargate ist natürlich eher viel... Er ist natürlich viel besser hier mit dem Stargate, ja? Der hätte 80 Kills, hätte er gemacht mit dem... Ne, aber 12 bestimmt. Und das Oracle behalten. Ja, das hätte ich auf jeden Fall. Das Oracle behalten. Unsere Versorgung stößt an ihre Grenzen. Unsere Versorgung stößt an ihre Grenzen. Warte, was ist denn das für ein Vollidiot, den du da hast, ey? Das ist Atanis. Komm, Anna. Mehr Arbeit. Kennst du das noch? Ich löse mal die Wall auf, ne? Aufgelöste Wall. Ich baue Worker. Du musst innerhalb eines Energiefeldes platzieren. Du musst innerhalb eines Energiefeldes platzieren. Hast du irgendwie gesehen, ob da ein Leertag war? Ne, ne? Doch. Oder ist das ein Leertag? Ich weiß nicht. Oder ist das ein Skin? Ja, war ein Leertag. Da unten ist ne Wood of Mine. Wo denn? Hast du die kaputt, Mann? Ja, aber wir haben keine Tech schon, ne? Ja, würde ich jetzt mal eine Robo bauen, ne? Ich habe eine Robo gebaut, aber... Ich baue auch eine. Man kann nicht genug Robo haben, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen spät. Dein Oracle hattest du verloren, ne? Ja, natürlich. Du hast ja gesehen, wie Klo reicht das. Ich habe einen Frosch im Hals gelobt. Kommt davon ein Stimmenbuch, der Zauberk. Im Huls vor allem. Der Feind greift unsere Sonden an. Oh nein, jetzt hat er sich umgegraben. Das ist nicht gut. Ich baue einfach weiter Worker. Wir lassen uns da gar nicht beirren. Ne? Ach ne? Einen Worker zu bauen. Doch, Donald Trump. Der beste Präsident aller Zeiten. Boah, das dauert auch so ewig wie diese Serverfliegen, ne? Weiß. Boah, wann ist der denn endlich da? Der braucht schon noch ein bisschen Nergorix, äh. Und Nergo warpt unten rein, bei den nicht so geilen Pilots. Ja, kommt ja jetzt gerade. Was meinst du? Ach, jetzt hast du meinen Pilots da geblockt, oder was? Was habe ich denn geblockt? Ja, hab ich ne Gateway hingesetzt, aber da standst du wieder mal am Weg. Wahrscheinlich wieder auf Halls Position, oder so. Wo denn? Ich bin nicht auf Halls Position, ne, 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 ne. Ich spiele gerade hier nicht so, nicht so gut. So, das ist jetzt sehr riskant, was ich mache. Mache ich trotzdem. Ich mache auch gerade was sehr riskantes. Das ist gut, wenn wir alle sehr riskante Dinge machen, dann... Dann gewinnen wir auf alle Fälle. Wenn die R... Wenn die R machen, dann haben wir verloren, ne. Unzureichende Mineralien. Ja, wir sind auf R. Das ist... Gut, wir haben verloren. Du hast gar nichts gegen R. Ne, tu aber auch nicht. Doch, du hast immer drei Stalker. Wie kriegen wir das denn jetzt noch hin? Gar nicht, ne. Boah, wie lange dieser Warpin auch dauert, ne. Ja, wenn du den Scheiß... Du bist oben angegriffen, du hast... Ach so, das wusste ich ja noch gar nicht, Sarok. Danke, dass du mich drauf hinweist. Das ist ein früherer Push vom Gegner. So, ich kann bei dir gar nicht overchargen. Der Supply Block ist endlich mal vorbei, danke. Ich kann dir gleich helfen. Ja, dann ist auch vorbei. Okay, dann passe ich lieber bei mir auf. Nee, komm bitte zu mir. Okay, ich helf dir. Blink ist natürlich jetzt gleich erst durch. Das ist nicht mal Blink. Das ist Adaptant Upgrade, ne. Oder Solid Charge. Ja, Solid Charge. Adaptant Upgrade habe ich schon. Ich habe alles außer Blink. Ich bin schon mit der Supply Block, das gibt's doch gar nicht. Ich bin schon mit der Supply Block, das gibt's doch gar nicht. GG! Was? Warum sollten wir jetzt weitermachen? Wenn man direkt eine zweite Partie... Das stimmt. Ich habe einen Lehrtag gescoutet, ja. Wenn du's gescoutet hast... Ich habe einen Lehrtag gescoutet, ja. Ja, aber du hast... Ja, wir müssen mehr scouten, das ist sowieso blöd. Also eigentlich müsste einer von uns Sentries halt spielen, mit Halluzinationen. Aber ich will halt immer auch in gasintensive Tags gehen und du scoutet sicherlich nicht mit Sentries. Und daher... Den 3-Century-Harassment-Drop könnten wir mal wieder machen. Nein, den kannst du auch nicht verwenden, weil dann kannst du ja auch nicht scouten mit Sentries. Und dann hast du die Energie verschwendet. Und damit nichts erreicht, wenn du das zumindest machst. Ja, den könnte man machen, ey. 3-Century-Harassment-Drop. Mein Paradespiel. Die nächste Weltmeisterschaft wird auch von jedem Spieler als Opening angewandt. Aber wirst du sehen, was da hier reinhauen, ne? 3-Centries. Atom-Tom und Nightwalker. Du hast mir schon wieder nicht gesagt, ich soll die Hotkeys ändern. Stell mal die Hotkeys um am besten. Das zählt nicht. Did you know your friends can try StarCraft 2 for free? Stimmt. So, ich bin Terraner. Das kann erder werden. Wir haben schon wieder diese gute Map. Kannst du aber Früh-Turrets bauen? Früh-Turrets bauen? Wo sind wir denn bitte? Baut doch nicht Früh-Turrets. Gegen was spielen wir denn? Ich will ja nicht. Ich guck doch auf den winkenden Arm. Ich kann das nicht immer machen. Äh, hilfst du mit dem Wallen? Ja, dann macht er schon. Ich bin pro Terraner, das wollte ich natürlich. Ich bin pro Terraner, ja. Ich auch. Ne, ich nicht. Ich bin gegen Terraner. Terraner stinken. Ich scoute sogar auch. Wow. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepots. Ich glaube, wenn wir beide Wallen, dann kannst du den Peilen sogar direkt am Anfang da hinsetzen. Weil so wird es jetzt schwierig. Ist das da zu? Ich hoffe, das ist dicht. Ne, ganz dicht ist es sicherlich nicht. Aber ich hoffe, das soll es ja auch nicht. Der in der Mitte ist nämlich auch nicht zu. Das war jetzt das Dümmste, was er das machen könnte. Jetzt greif den doch mal an, Sarok. Sehr gut. Lass mich in Ruhe. Konzentrier dich lieber. Ja, toll. Hättest du doch mal reagiert, dann hätte ich den auch jetzt nicht verloren. Guck, wie ich den hier angreife. Jetzt greif doch der auch mal an. Wenn ich den angreife, ist mein WWF tot. Wir fahren gleich schnell. Das macht keinen Sinn für dich, Mann. Jetzt kommt der Probe auch noch. Wir haben eine Forge gebaut. Der Sarok wieder. Wir können überhaupt nicht wallen, Sarok. Was hast du denn da schon wieder für eine Scheiße gebaut? Äh, wir müssen pullen. Ja, wir wurden gescanreshed. Hab ich doch gerade gesagt. Aber du hast ja auch nicht drauf reagiert. Wie reagiert jemand auf mich? Und meine... Ich brauche jetzt bitte ein Zellet endlich. So. Angedrückt, ja. Hilf doch mal bitte mit... Ja, ich habe die Probe gleich gerade getötet. Ne, ich habe meine Probe gemeint. Wäre halt geil gewesen, wenn wir jetzt hier wallen könnten. Aber bei deinem Bein geht das nun mal nicht. Der ist so deplatziert, wie es deplatziert da gar nicht geht. War vielleicht gar nicht gut. Das ist nicht gut. Na gut. Aber Schwamm drüber. Wir machen das trotzdem. Ich kann nicht mal hier einen Reaktor gleich dran setzen. So wie bescheuert, wie du das gebaut hast. Jetzt bin ich wieder schuld, dass er fehlgewallt hat, oder wie? Du hast fehlgewallt. Mach da scheiße und schieb dann die Schuld ab. Das gefällt mir immer am liebsten. So Leute mag ich. Der ist wie in Formel 1, ne. Schieb mich da raus. Und dann, äh... Die Durchwache. Du! Also habe ich jetzt den falschen Knopf gelegt. Da ist aber nicht so viel passiert, wie erwartet. So, du darfst jetzt zubrollen, weil du hast die Wall so verkackt. Okay. Kann er nicht rollen. Er kann es nicht. Er kann es einfach nicht. Er ganz dicht rollen ist nicht so geil, ne. Ich habe doch ein Depot. Ist doch völlig egal. Kannst du machen. Ja. Gut, habe ich nicht gemacht. Aber ich kann ja meinen Berserker da reinstellen. Ist ja gar kein Problem. Ja. Du, das ist trotzdem nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo ist denn unser Expansionsplatz? Ergurichs? Da drüben, ne. Du hast diese Map schon so oft gespielt, dass ich dir da jetzt sicherlich teilhaben muss. Was würde ich das wissen, ey? Da erwartet er einfach aber auch zu viel von Spielern. Dafür reicht die Energie nicht. Alter, ich spiele gerade so schlecht. Ich könnte mein Warpgate andrücken. Da wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Na gut, dass Nergo auch nicht besser spielt. Wir brauchen mehr Mineralien. Aber die Wall ist dicht. Ja, aber nur mit einem Lücken wäre sie. Ja, das ist ja auch immerhin dicht. Kannst du das da nicht hinbauen? Ja, da kann ich aber jetzt nichts hin. Ergurichs zu spielen, das ist eine Qual. Mhm, das ist die Qual. Ja, Pylon am Arsch. Okay, hat er auch nicht erforscht. Er hat auch nichts abgestellt für den Oracle, was gleich ankommt. Er kommt doch nicht an, ey. Uns fehlen Mineralien. Das ist ein Marsling-All-In schonmal. Ist das ein Dropload gewesen? Ja, natürlich. Nee, die Tiebrecher. Du kennst dich. Jetzt komm doch mal bitte zu mir. Ja! Irgendwann auch nochmal in dem Leben meiner Marines. Meine Leute, es ist nicht so schnell. Ich glaube, ich habe einen deiner Worker umgenutelt. Sehr schön, freut mich doch. Bälllinge werden jetzt auch noch gemoffelt, oder was? Nee. Und? Ist es vorbei? Ja, die stehen da immer noch drin. Jetzt renn nicht zurück. Wir müssen die clearn. Lass die mal clearn. Wir haben halt noch nicht mal eine Echse. Ja, die habe ich bestimmt auch nicht. Doch, natürlich. Die haben schon ewig eine Echse. Ja, glaube ich gar nicht. Doch. Das habe ich doch schon gesehen. Wir brauchen mehr Mineralien. Stellst du jetzt bitte hier gleich Stalker ab, damit du den Dropload immer kriegen kannst. Äh, jawohl. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich bin Supply-Bock, weil ich dann scheiße, die scheiß Dingens verloren habe. Irgendein Upgrade habe ich durchgeführt, keine Ahnung, was für uns. Jetzt geh doch nicht mit deinen Stalker genau dahin, wo ich landen will. Ich dachte, ich soll... Boah, jetzt regst du mich doch. Ja, aber nicht so, dass ich dich landen kann. Jetzt regst du mich aber extrem auf, ey. So, jetzt kannst du landen. Die ganze Zeit nur am Mosern und neckern, der Junge. Ja, ich baue doch Pylonen. Mein Gott, wie kann man so zickig sein? So, wir expandieren. Aber ich habe immer einen Worker gebaut. Muss ich jetzt einfach mal noch mal einwerfen. So, er steht in der Base. Er steht in der Base. Kannst du die weg? Ja, die kriegst du, glaube ich. Powerpuff Girls! Hast du gesehen? Nervo, hast du gesehen? Powerpuff Girls? Wie er angebissen ist, der Kleine? Er ist ja schön, wenn man immer mit Buddha spielt. Er ist ja quasi... Er ist ja ganz einfach, dann, ne? Jetzt wird aber auch angegriffen, ne? Gegen was hast du hier jetzt gekämpft? Äh, jetzt kommt er auf jeden Fall. Das war's auf jeden Fall für die eure Folge. Auf euch hat es gefallen. Ich schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts in der nächsten Folge. Ich bin da verkackt. Ich bin da. Schönen Tag. Alles gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020